Die meisten Funktionen und Neuerungen durch Raspberry Pi 5 fallen irgendwo auf, zum Beispiel PC-Express oder die stärkere Leistung, das sind ja alles Dinge, die haben sich viele von euch gewünscht und natürlich merkt man das auch. Das wollen wir ja auch. Doch es gibt auch einige Änderungen, die man erst auf den zweiten Blick merkt oder die sogar so versteckt sind, dass sie einem gar nicht so leicht auffallen, wenn man nicht gezielt danach sucht. Davon habe ich sieben Stück gefunden, die wir uns jetzt zusammen anschauen. Noch relativ offensichtlich ist die Möglichkeit, dass man direkt auf dem Raspberry Pi erkennen kann, wie viel Arbeitsspeicher der hat. Auf der Höhe der mittleren USB-Buchsen zwischen den zwei schwarzen Chips, also dem Arbeitsspeicher und dem RP1-IO-Controller, befindet sich jetzt eine Beschriftung mit jeweils Lötstellen, wo man ein kleines Pseudo-Bauteil eingebaut hat, das keine Funktion erfüllt, außer eben anzuzeigen, wie viel Arbeitsspeicher verbaut ist. Das Vorgängermodell war zwar ebenfalls mit Arbeitsspeicher von 1 GB bis 8 GB erhältlich, doch das konnte man dem Board leider nicht direkt ansehen. Es ist nur auf der Packung aufgedruckt, befindet sich der Pi nicht mehr darin, weil man ihn zum Beispiel lose irgendwo liegen hat, dann muss er zum Auslesen gestartet werden. Beim Raspberry Pi 5 ist das nicht mehr nötig, das finden wahrscheinlich gerade die Leute interessant, die mit mehreren Pis hantieren und sich dann irgendwie mit Zetteln oder ähnlichem behelfen mussten, um da durchzublicken, welcher wie ausgestattet ist. Es kommt selten vor, dass bei Raspberry Pi Sachen verschwinden, meistens kommen ja neue hinzu, aber diesmal ist der Klinkenanschluss, also die 3,5 Zoll Kopfhörerbuchse verschwunden. Die kennt wahrscheinlich jeder, es war ja eine Zeit lang auch an Smartphones sehr verbreitet, dass die so eine Klinkenbuchse hatten, damit konnte man sehr einfach und unkompliziert einen Kopfhörer anschließen oder auch externe Lautsprecher, um da Musik zu hören. Doch der bis zum Raspberry Pi 4 vorhandene, wurde laut offiziellen Infos noch von sehr wenigen überhaupt verwendet, zumal es ja Alternativen gibt, zum Beispiel mit USB oder Bluetooth, je nachdem ob es kabellos oder kabelgebunden sein soll. Da ist zudem der Vorteil, dass das dann digital abläuft und nicht analog. Ich habe keine Statistiken dazu, aber wenn diese Infos stimmen, dann gehe ich davon aus, dass es vielen von euch nicht direkt aufgefallen ist, zumal der dadurch freigewordene Platz anderweitig genutzt wurde, nämlich für einen Einschalter, den sich viele gewünscht haben, um den Pi ein- und ausschalten zu können. Diesen Schalter, der auf die Platine aufgelötet ist, werden viele von euch wahrscheinlich schon bemerkt und auch schon benutzt haben. Deutlich versteckter ist dagegen die Möglichkeit, seinen eigenen Schalter anzuschließen. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn man den Pi nicht von Hand starten möchte, sondern über ein anderes System, das dort eben den Impuls sendet, oder man möchte ihn irgendwo verbauen, wo der Platz begrenzt ist, so dass man dort, wo der Schalter sein soll, nicht genügend Platz hat, um den Pi dahinter so zu platzieren, dass der aufgelötete Schalter an der richtigen Stelle sitzt. Dafür gibt es links unten, neben der USB-C-Buchse zur Stromversorgung, zwei Kontakte, an die man einen Schalter anlöten kann. Er wird J2-Jumper genannt und ist aber nicht mit dem weißen Stecker dahinter zu verwechseln, der ist für die Batterie der Echtzeituhr gedacht. Übrigens ist dein Raspberry Pi 5 einzigartig. Bei vielen elektronischen Geräten ist es schon seit längerem üblich, dass sie eine einzigartige Seriennummer haben. Selbst Geräte vom gleichen Typ und der gleichen Ausstattung lassen sich damit auseinanderhalten. Auch der Raspberry Pi 5 besitzt eine Seriennummer, die aber nirgendwo direkt aufgedruckt ist, wie es bei größeren Geräten oft der Fall ist. Stattdessen hat man sich aus Platzgründen für einen QR-Code entschieden, der ist kleiner als eine Erbse und auf der Unterseite zwischen GPIO-Leiste und Speicherkartenschacht aufgedruckt. Wenn du jetzt gerade eben deinen eigenen Raspberry Pi 5 umgedreht hast, um nachzuschauen, dann ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass der nicht mehr so sehr piekt, wie das vorher der Fall war. Das liegt an den deutlich kleineren Lötstellen, die sind dadurch flacher geworden wie beim Raspberry Pi 4. Wenn man den angefasst hat, hat man deutlich gespürt, dass die einen beim Anfassen auf der Haut pieksen und deswegen hatte man in vielen Gehäusen auch unten ausreichend Platz gelassen, damit eben die dort ihren Raum haben und vor allem in Metallgehäusen war es wichtig, dass dort eben kein Kurzschluss möglich ist. Doch es gibt auch auf der Oberseite noch Neuerungen, die etwas versteckt sind. Zwischen der GPIO-Leiste und den USB-Anschlüssen gibt es einen vierpoligen weißen Stecker bzw. eine Buchse, wo ihr einen Stecker einstecken könnt, um einen Lüfter anzuschließen. Durch die gestiegene Leistung ist ja das Thema Kühlung noch wichtiger, als es schon beim Vorgänger Raspberry Pi 4 war. Dort gab es inoffizielles Zubehör, das sowohl passive Kühler als auch aktive nachrüstete, und bei den aktiven musste man immer gucken, wie man die mit Strom versorgt. Das geschah meistens über die GPIO-Leiste, doch das hat mehrere Nachteile. Dass zwei Pins belegt werden, ist ja meistens nicht so das Problem, es gibt ja genügend andere. Aber gerade in manchen Gehäusen kann das eventuell vom Platz nicht ganz passen, vor allem wenn ihr euch die rausholen wollt, also mit einem Flachbandkabel zum Beispiel, die komplett rausholen, das geht dann nicht, wenn ihr dort eben für den Lüfter zwei benötigt. Was aber vermutlich noch mehr stören dürfte, ist die Tatsache, dass der Lüfter hier ständig mit der gleichen Drehzahl läuft, und zwar unabhängig davon, ob Kühlung überhaupt nötig ist und wie viel. Der eben erwähnte Anschluss vom Raspberry Pi 5 unterstützt PWM-Steuerung, kennt viele vermutlich vom PC, dort ist er schon seit vielen Jahren Standard, um die Lüfter gezielt steuern zu können, und zwar nahezu beliebig. Der Raspberry Pi steuert das automatisch für euch nach Bedarf, unter 50 Grad bleibt der Lüfter ganz aus, danach geht es in verschiedenen Stufen mit leichter Geschwindigkeit nach oben. Was ihr auf beiden Seiten der Platine beobachten könnt, ist, dass sie mehr Löcher bekommen hat. Insgesamt stehen sechs Löcher zur Verfügung und damit zwei mehr als der Vorgänger. Das erwähne ich, weil man ja schon mit dem offiziellen Lüfter sieht, dass es da eng werden kann, aber das hat man bedacht und daher mehr Löcher in die Platine gebohrt, damit man sowohl den Kühler als eben auch weiteres Zubehör, wie zum Beispiel ein Head für M2 oder andere Dinge oben noch drauf montieren kann. Wenn du noch weitere, eher versteckte Veränderungen oder Neuerungen vom Raspberry Pi 5 kennst, dann schreib es gerne zu uns auf YouLabsDienst-Forum oder in die Kommentare. Ansonsten findest du an der Seite noch weitere Videos zum Raspberry Pi und anderen Themen aus IT und Technik. Da habe ich gerade zum 5er schon einige gemacht, wo ich unter anderem die Hauptfunktionen, die Highlights vom neuen Pi 5 ausführlicher vorgestellt habe. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.